Gegründet im Jahr 1949 umfasst das familiengeführte Unternehmen Liebherr mittlerweile mehr als 51.000 Mitarbeiter in über 50 Ländern. Einer der größten Baumaschinenhersteller der Welt. Innovationskraft und visionäre Technologien sind stets der Antrieb. Dies stellt die Kooperation mit der RWTH Aachen und Cisco abermals unter Beweis. Man könnte meinen, bei dieser Box handelte es sich um eine ganz normale Box. Dabei steckt doch viel mehr in Ehr. Wer würde schon vermuten, dass diese graue, unscheinbare Box dafür sorgt, dass Produktionsmaschinen von gestern sich mit hochintelligenter Technologie von heute unterhalten können. In unseren Fertigungsstandorten kommt ein Maschinenpark zum Einsatz, der über Jahrzehnte gewachsen und hochspezialisiert ist. Diesen Maschinenpark wollen wir noch besser vernetzen und fit für die Zukunft machen. Ein Projekt dieser Dimension umzusetzen, ohne dabei die Seelenproduktion zu unterbrechen, war das oberste Ziel. Gemeinsam mit unserem Projektpartner Cisco haben wir hier in der Demofabrik ein realitätsnahes Produktionsumfeld geschaffen und diesen zur Implementierung zur Verfügung gestellt. So wurde die eigentliche Fertigung bei Liefer geschont und konnte uneingeschränkt in Betrieb bleiben. Diese unscheinbare graue Box beschleunigt die Produktion eines weltumspannenden Unternehmens und macht Prozesse effizienter. Alte und neue Maschinen sicher zu vernetzen, das war die große Herausforderung. Möglich war das nicht mit einem Produkt von der Stange. Dies erforderte ein hohes Maß an Systemintegration. Und das Ergebnis war die IoT-Box. Das war ein großer Fortschritt in der Steuerung der Produktion bei Liefer. Der Schutz der Fertigungseinrichtungen und deren Teilnehmer hat dabei die höchste Priorität. Sicherheitsfunktionen nach dem höchsten Standardtechnik waren daher die Anforderungen an die IoT-Box. Sicherheit und Vernetzung ist dank Cisco jetzt kein Widerspruch mehr. Modernste Netzwerktechnik ist ein wichtiger Bestandteil der digitalen Transformation. Dank Cisco ist es uns gelungen, unsere Produktion zukunftsweisend und ganzheitlich zu vernetzen. Eine langfristige Nutzung des bestehenden und neuen Maschinenparks ist nun gesichert. Somit sind wir wettbewerbsfähig und fit für die Zukunft. Manchmal sind das die unscheinbaren Dinge, mit denen wir Großes bewirken. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Fertigung.